Hallo Leute und herzlich willkommen zu meiner ersten, na gut, erste Runde ist es nicht, äh, Runde Modern Warfare 2 Multiplayer. Jo, wir gehen gleich mal auf Spielsuche Team Deathmatch und wollen mal sehen, wie lang wir brauchen. Das ging schnell. So. So, so. Hm, 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 hm. Ähm, die nehmen wir. Team Deathmatch. Ähm... Oh. Oh, das fängt ja gut an. Zack. Komm. Ähm... Ähm... hast du davon ich bin gerne ein spielverderber muss ich sagen ach man ok wo schießt er denn hin gut ich spielte ab jetzt scheiße gespielt aber wir können ja noch eine runde spielen bin ich jetzt so für stimmen wir einfach mal dafür suche den besten host jetzt werde ich gekickt wir können ja auch noch kommen wir spielen auch mal die map habe ich noch nicht gespielt also auf quarry habe ich noch nicht gespielt na komm komm find was hallo geht doch gut ist zwar nicht die die ich wollte aber was will man mehr so ich würde ja mal fast sagen komm wir spielen wieder mit semtex alter naja ich muss mich ich mir ist es aufgefallen wenn ich aufnehmen spiele ich generell nix da nix da das messern hätte ja klar hätte er nicht sein müssen nix da nix da Hä? Habe ich die nicht getroffen? Scheiße, den Ticks. Hey, ich kläre mal eine Samtex geworfen. Hallo? Das reicht, Sauber. Was ist das denn da vorne? Und? Wer lukt zuerst raus? Hä? Hallo? Haben sie wieder einen Host genommen mit... Och, Leute! Eure Bambusleitung könnt ihr sonst wo hinschieben. Verbinden mit neuen Host... Och, Leute! Wir sind in der Führung! Wie? Nichts? Mein Snipernobst. Junge, jetzt reicht es mir. Fick dich. Achtung, feindliche Vorhäte. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ach, nö. Das ist recht sauber. Ha, 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 deine Mutti. Was ist denn mit ihm los? Okay. So, 4.11. Uh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.